Mach die Scheiße runter, wer hat gesagt, dass du gerade am Gewinn bist. Ich wollte nur mal die 500 Euro zeigen. Jordan, du schaffst das, hol die 500 Euro nach Hause. Ich bin natürlich ein sehr vernünftiger Junge und teile natürlich das Geld. Deswegen, wie gesagt, an die besten... Drück mal jetzt weiter. Drück mal jetzt weiter. Drück mal jetzt weiter. Ich rede gerade, Kollege, du störst mich, mein Freund. An die besten Supporter gibt es natürlich auch ein bisschen Taschengeld vom Onkel. Und der Sammy kriegt natürlich Hundefutterer. Heute letzte Spiel, ich schwöre auf alles, mein Cholesterinspiegel ist ganz oben. Herzlich willkommen. Ganz gespielt, ganz entspannt, Sammy. Tante Sammy. Tante Sammy. Ja, fängt schon wieder zu fahren. Fängt wieder beschissen an, Alter, die Kacke hier. Was? Werde jetzt reingegangen, werde jetzt reingegangen. Jetzt muss ich wieder in meine vernünftige Position gehen. Torwart. Torwart. Was? 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 Doch, keine Luft mehr, ja. Es ist alles so unfair. Komm, Mbappé, komm, Mbappé. Jetzt Flanke. Spaß, Junge. Jetzt Flanke. Ja, natürlich wird er dann gegrillt. Was soll man doch auch machen, wenn der Mbappé da ist. Jetzt, riskier, Bruder, riskier. Und jetzt die Chance. Riskier doch mal einfach. Hätt drin, oder abseits. Ja! Da ist er! Da ist er! Pettate Scheiße! Du kleiner verkickte Bude, Alter, ja. Ich will nicht beleidigen, weil ich hier nicht beleidigen darf, ja. Du kleiner Eskel. Da ist er! Da ist er! Lass mich nicht wieder, diesen Scheiß-Kontroller kaputt machen! Da ist er! Comeback ist da! Semmy Jackson! Halt mal deine Fresse, du Sponsti, du Sposti! Sponsti! Mannschaft, ich liebe diese Mannschaft! Du hundbeflüsterer, du Hund! Geilsten Sauen auf der ganzen Welt! Bring ihn um! Gritsch dich! 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 Gritsch dich, Mann! Gritsch dich, Mann! Das ist unfair mit deinem Scheiß-Gritsch! Ja! Du kleiner Messi, du 52 Lillipotaner! Deine Oma ist ein Hund, gritsch dich! Ab, nach Hause. Da ist er! Du bist so ein! Du bist so ein! So ein! So ein! Da bist du! Schoffe, dein Stuhl ist kaputt! Schoffe, du verlierst es noch mehr! Komm! Komm, Semmy ist heiß! Mein Stuhl ist halbkopp! Guck mal, wie mein Stuhl ist! Ja! Aber auch damit, dass mir keine... Jetzt gritscht er wieder, du Sposti! Weißt du, wie einseitig das Spiel ist? Weißt du, das Problem ist, wir sind ja 30 Minuten hier! Ja! Du bist kaputt, Alter! Ja! Komm, weiter geht die Reise hier! Weiter geht die Reise! Schon wieder kaputt, der Controller, Alter! Ja, spiel vernünftig! Alter, was ist los hier, ja? Du, es ist unfair, was du machst! Warum unfair? Ich bin einfach zu gut für dich! Was ist das denn? Ich werde... Meine Nerven sind da am Ende, ja! So's regen! Das könnte die Gelegenheit geben! Alles unheilbar, alles unheilbar! Ja! Jetzt geht's los, Freunde! Wir drippeln aus, weißt du? Wir drippeln aus! Dann drück doch mal weiter jetzt, ja! Oh, jetzt bist du nicht mal so... Wo ist denn deine... Der Sammy, der macht Witze! Wo ist das denn? Wo ist das denn? Das ist nicht mehr hier! Woher sind die Ingeböckchen? Ey, der grätscht wieder, ja? Er grätscht wieder! Er versucht, mich wieder zu grätschen! Konzentrieren, Jordan! Ja, Freunde, auf jeden Fall! Grätsch jetzt so! Boah, da hör auf mit den Grätschen! Ich schwöre auf alles das unfair, Sammy, ja! Ja, und? Ist das verboten? Ich wusste nicht, dass es verboten ist! Ja, aber doch nicht so schäbige Schimmel-Grätschen, ja! Was ist das für ein Torwart, ja? Alter, ist das dein... Scheiße, ernst, Mann! Hör auf mit sowas, Sammy! Ich spiele nicht mehr, ja! Ich schwöre, ich spiele gleich nicht mehr! Halt doch nicht! Hat deine Frisse! Ich bin wie ein Mann und hab Eier oder halb die Schnauze und geh Barbie spielen, ja? Ja! Das ist ein Tor, ne? Schwanz! Ich schwöre, wie du spielst, ich spiele nicht mehr, ja! Ich schwöre, du bist ein Schwanz! Ja, komm doch her! Niemals! Komm doch her, ja! Niemals! Komm! Niemals! Gib sie auf! Ja, hab ich in 500 Euro gewonnen! Ah! Bist du behindert, Alter? Was dir das weh tut, Alter? Ich schwöre, du behindert, das Kind, Alter! Ich schwöre, diese Schüssel! Ich schwöre, diese Scheiße! Weißt du, das weh tut, du Schwein! Komm her! Komm her! Jetzt kriegst... Kriegst du nicht, ja? Kriegst du nicht, Sammy! Kriegst du nicht! Ich brauche keinen Stuhl! Ich brauche keinen Stuhl gegen dich! Du bist ja, du Pisser! Du Pisser, alter! Dein Arsch, nimmst du ein Hund! Dein Arsch, nimmst du ein Hund! Jaaah! 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 Polizei! Wenn die Polizei das sieht, Sammy Ekel heißt ja, anzeigen! Wie geht'schen? Den Ball hat er! Den Ball hat er! Ich seh das selber, das musst du mir nicht sagen, Kollege, ja? Jaa, freu dich, freu dich! Freu dich! Jaaah! 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 Was machst du? Ich hab dein Spieler verletzt. Ja, weil du ein Spaßlieb ist. Schummeln, alter! Was ist da am Schummeln? Du bist einfach schlecht. Pssst! Ja, bringt nichts. Pssst! Keine, ey! Bruder, ist in dem Leben Wunder passiert, ne? Ich kann das alles doch aufholen, Freunde. Kann man FIFA löschen? Sei mal ehrlich. So einfach, geht das? Provoziere mich einfach jetzt. Gib mal mein Geld erstmal her. Gib mal mein Geld her. Noch ist gar nichts da. Community. Was, was, was? Du wolltest mir das geben. Jetzt gib mir das Scheißgeld und hör auf mit diesen Scheißfilmen wieder. Hör auf mit diesen Scheißfilmen wieder. Ich schwöre, ich hau ab, Alter. Da spiele ich nie wieder mit dir. Entweder du verlierst, ich hab meine Spiele verloren, ich hab wie ein Mann das Geld gegeben. Hört ihr, hört ihr, hört ihr. Ohne Widerrede hab ich mein... Kannst du einmal die Fresse halten? Hab ich mein Geld dir gegeben. Und jetzt irgendwie Scheißfilme wieder. Halte einfach mal deine Fresse. Mach deine Scheißfilme wieder. So, du bist jetzt erstmal leise. Er hat gewonnen. Gib ihm. Ganz einfach. Revanche, Revanche. Halt deine Schnauze jetzt. 50 Euro. Halt deine Schnauze. Nimm schon mal 50. 50 Euro, mein Sohn. Nochmal 50 Euro, mein Sohn. Knick mein Geld nicht, sag ich dir jetzt. Das ist mein Geld jetzt. Nummer 50 für mein Sohn. 20 für mein Sohn. 20 für mein Sohn. Nimm ich nicht mehr Sohn. Okay, 20 Euro. Für mein Sohn. Und egal was du mir sagst, diese 10er behalte ich und gehe mir einen Döner kaufen für deine Grätscherei. Und ich frage den Chat, nicht dich, du hast Sendepause. Darf ich diesen 10er behalten für diese Grätschen oder muss ich ihn auch geben? Eins für ich darf behalten, zwei ich muss geben. Hier, nimm diese 10 Euro, geh. Für ein schlechter Verlierer, nimm. Du bist das schlechte Verlierer, dieses Gip. Nimm, 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 nimm. Okay.